Musik 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 Die Erziehungskraft, alle Überrunde, alles macht perfekt. In den Kaprunden, keine Taktischen, Experimente sind was besser, die am Ende sind. Sich zu erwarten. Auf das Gegnerspark, da wird man panisch, denn letztens ist das Vortort. Er kann ja gar nicht, Thomas Fimm ist nicht. Überwinden, da muss Moral, bereits im Schwinden und so. Wie der Pokal, dann geht er ab und völlig losgelöst. Von dem Straßraum fliegt ein Tor, war völlig schwer. Riese! 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 Das war völlig schwer, völlig bloß gelöst von der Straße und wie ein Tor war völlig schwer. Diese Formale Tim Wiesel hat drei Meter Meter der Hamburger. Eine von Noah Tick, eine von Noah Tick, eine von Noah Tick, eine von Nizza. Tim Wiesel sollte früher das Pferdebeweg ins Pokalfunale einziehen. Und dort trifft die Mannschaft Lars Begne am 30. Mai aus Bayerleuth. Rundlich durchgestylt. Stille. Stille.